Sehr hübsche Sehr hübsche, sehr hübsche Ok, den Code kann ich doch knacken Die Mensein Boah, ein paar Tote, ne? Okay, alles gut. Bis auf die Toten. Super. Ja, per Woll. Sehr schön. Jetzt schon. Okay, dann fahren wir in die 20. Angriff von oben. Fein. Ich finde das auch schön. Kaisi, wir sind auf 20. Willkommen bei Preferred Outcomes. Ich bin vor dem Eckbüro. Das war wenn man jetzt wird. Wir sind unterwegs. Drei. Okay. Wir haben eine Alarmanlage. Bleib wo du bist! Hä? Nein! What the fuck, Alter? Bleib wo du bist. Hoffnung, diese Scheiße. So, was haben wir noch hier? Dann noch ein Subjekt markiert. Unter uns ist noch einer. Ich würde am liebsten gerne erst mal dieses Alarmsystem. Ist es weiter da hinten, so wie es aussieht? Keine Ahnung, wie es erwischen kann. Mal kurz den Scanner aktivieren. Mal kurz den Scanner aktivieren. Der andere ist dort oben. Hinter Schwede. Immer den falschen Knopf. Der scheiß Scanner. Das funktioniert nicht. Alter, die kann einfach an ihm vorbei rennen. Habt ihr das gesehen? Die rennt da einfach an ihm vorbei. So, ähm. Geht doch. Sehr schön. So. Alarm möchte ich denn jetzt mal gar nicht haben. Kommt ich jetzt nicht so geil. Ist das außen oder ist das innen? Scheiße, ist das außen, ne? Suche. So, naja. Was kommt dann noch weiter? Ich officiere. Wenn ich jetzt hier richtigempfriere. Bei mir keinen rein! Ich verschwitze. Wichtig. Wielässig. Wielässig. Wie lässig. Alter, wie soll ich denn da rankommen, Alter? Boah, da oben ist auch noch einer. Was? Das war scheiße klar. Der ist außen, ja. Keine Entwirkung! Hey, was soll das? Hey, wie ist es? Was ist denn, ich habe Glück? Warum Dorst wohl alles im Wochenendienst verdonnert hat? Dorst weiß halt immer irgendwas, was ich nicht weiß. Da bist du nicht der Einzige. Aber wo befindet er sich? Das Feuerwerk im Ehebend nehme ich an. Na, die Schnurze. Ja. 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 Okay, cool. Ich bin nicht richtig, warum alle zu killen, aber es sind doch auch nur Menschen, die ihren Job machen. So, das heißt, wir gehen jetzt hier hoch. Ist das korrekt? Eigentlich nicht so. Warum muss ich zum Aufzug? Warum muss ich zum Aufzug, ne? So ein bisschen hinten rum langlaufen. Nicht schlecht, Miami. Nicht schlecht. Wenn ich Freiheit malen müsste, sehe ich mein Bild genau so aus. Ich bin nicht schlecht. Ich bin nicht schlecht. Ich bin nicht schlecht. Okay. Was? Scanner? Was denn? Wo denn? Wie denn? Die Richtung hier? Da. Da. Du weißt nicht, wo ich rumfumpele. Da. Du weißt, wo ich rumfumpele. Du weißt, wo ich rumfumpele. Weißt du was? Ich kann mich jetzt mal am Arsch lecken. Weil ich bin nämlich restlich verknemiert. Jetzt kommt der spaßige Teil. Die Sicherheit von Dors Penthouse hängt an diesem Privataufzug. Gut, dass wir ihn nicht hacken. Ja, aber wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss ihn ja wirklich töten, den armen Arsch. Wo ist denn meine... Ich stehe hier oben. Okay, lasst es krachen, ihr Wasserratten. Der Wassertank wird sich in den Schacht entleeren. Zehn, vier. Halte gut. Das auf dem Foto ist Dors Frau. Weiß die, was er macht? Ja. Setz die Maske auf. Bist du ganz sicher? Hey, wenn wir das Geld wollen, muss ich diesen Knopf drücken. Ja. In L.A. sollte ich dir vertrauen, das habe ich gemacht. Was hast du jetzt davon? Sag ganz ruhig, Kai, das klappt schon. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Tja, da muss ich dir wohl jetzt vertrauen. Okay. Tschüss. Das ist in. Oh, ich würde es schüße die Handeln. Oh, ich würde es schüße die Handeln. Oh. Oh. Weeeeee! Deskommand! reconstructiv mach ış um nach m sch Alles okay? Ja, aber wir sollten Tyson reinlassen. Los, irgendjemand ruft sicher die Polizei wegen der Explosion. Nein. Dorst will hier bestimmt keine Cops haben. Da ist Tyson. Ich brauche etwas, mit dem ich die Tür öffnen kann. Ich habe ja noch ein Objekt markiert. Dorst. Hi. Ach, dass ihr beide noch am Leben seid. Ich sag's mal so, für ein Ex-Burn. Hat da aus Geschmack. Das da? Das ist ein 24.000 Dollar-Tischchen. Kennst du diese Magazine für Reiche, die die wirklich Reichen gar nicht lesen? Habe ich alle abonniert. Im Gegensatz zu euch, Neandertalern, weiß ich Luxus zu schätzen. Sorg dafür, dass der Brecher seine Arbeit erledigt. Okay. Wo ist er denn? Oh, scheiße. Gute Frage. Okay, wir müssen uns umsehen. Der Träsur muss hier irgendwo sein. So, es ist dann aufgehauen für den Scanner, weil der Scanner einfach alles automatisch weiß. Jo. Halt auf, da ist es. Okay. Okay. Äh, analysieren? Oh nein. Ich weiß, man hat drei Jahre gefahren. Ähm, hast du am Kamin schon gescannt? Kamin? Ja. Oh nein. Okay. Ich slept bei Ihnen.